Die Ablösung sei ausgemachte Sache, US-Präsident Donald Trump wolle den Wechsel nur möglichst wenig erniedrigend gestalten. Weil der von Trump höchst geschätzte Sicherheitsberater Michael Flynn, auch er ein Ex-General, im Februar 2017 je zurücktreten musste, MC Master gilt als hochintelligent. Sehr belesen und vergleichsweise moderat Trump und er sollen sich persönlich nie gut verstanden haben, noch nie war ein Weißes Haus zu diesem frühen Zeitpunkt einer Regierung so sehr mit Abgängen. Trump wolle sich nur noch mit Beratern umgeben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020